Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid. Willkommen zum Mobility Workshop. Wir haben jetzt etwas Zeit, um eure Squat-Technik anzuschauen. Das Ziel der nächsten Minuten ist, eure Performance zu verbessern. Das heißt, es geht darum zu gucken, wie kann man eure Kniebeuge eventuell besser machen. Und es gibt einige Techniken, das ist das Coole dabei, wie ihr eure Performance beim Squaten innerhalb von nur ein paar Minuten verbessern könnt. Und wir werden euch analysieren, das heißt, ihr werdet euch untereinander analysieren. Ich werde mir eure Sport-Techniken anschauen, wir werden eure Gelenke testen, das heißt, Sprunggelenke, Kniegelenke, Hüfte, Wirbelsäule, alles was dazugehört. Und dann hoffe ich, dass der eine oder andere von euch etwas optimieren wird bei der Kniebeuge. Das Wichtigste erstmal, ihr habt alle ganz unterschiedliche Schuhe an. Ich sehe Gewichtheberschuhe, ich sehe Sportschuhe. Ihr könnt erstmal eure Schuhe ausziehen, weil die werdet ihr definitiv nicht benötigen. So starten wir. Okay? Okay, das Wichtigste ist, das was wir heute machen werden, das ist Mobility Training. Wir machen kein Flexibilitätstraining. Also es geht nicht um Stretching oder ähnliches, es geht immer um aktive Beweglichkeit. Okay? Das heißt, die Beweglichkeit, die wir haben, wenn wir zum Beispiel ein Spagat machen, manche können das, manche können das nicht, die ist im Alltag eigentlich nutzlos. Das heißt, darum geht es nicht. Es geht nur um die aktive Beweglichkeit, die ihr auch beim Sport schafft. Und bei der Kniebeuge gibt es natürlich bestimmte Anforderungen an Muskeln, an die Gelenke. Und wir werden uns die mal anschauen. Deswegen, was wir als erstes machen beim Stehen, Quatschen ist relativ easy, aber in der tiefen Kniebeuge ist es ein bisschen schwieriger. Deswegen machen wir das sozusagen als kleinen Contest, dass wir uns jetzt sozusagen in der tiefen Kniebeuge weiter unterhalten werden. Also geht einfach einmal runter und dann sehe ich direkt, wie tief ihr kommt, wie wohl ihr euch fühlt, wo sich eure Fersen befinden, die Oberkörperposition und das halten wir zunächst ein paar Minuten. Irgendjemand Muskelkater in den Beinen? Ja? Echt? Habt ihr gestern noch ordentlich trainiert? Vorgestern. Vorgestern, okay. Ist noch geblieben. Okay, wunderbar. Augen zu und durch. Sehr schön. Okay, ich sehe jetzt schon ganz, ganz unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Fußstellungen. Manche haben die Füße ein bisschen mehr außen, manche haben die mehr innen. Gehen wir alle darauf ein. Erstmal würde ich euch sagen, wofür machen wir Mobility Training? Im Endeffekt geht es darum, schon die ersten Probleme oder braucht ihr ein bisschen mehr Platz? Im Endeffekt geht es darum, dass wir, wenn wir Mobility Training machen, geht es immer um eine erhöhte Performance. Es geht immer um Leistungssteigerung. Das heißt, wenn zum Beispiel Lise Müller Probleme hat, irgendwie Glas aus dem Schrank herauszuziehen, weil sie Schulterprobleme hat, kann es sein, dass sie ihre Mobilität im Schultergelenk steigern muss, um überhaupt an das Glas oder an die Tasse heranzukommen. Okay? Also auch da ist es Leistungssteigerung. Wenn ihr Probleme habt, die tiefe Kniebeuge einzunehmen, weil ihr kein As to Grass hinbekommt, dann geht es auch darum, eure Mobilität zu verbessern, im Sinne einer Leistungssteigerung. Es geht also immer um Performance. Es ist nur Mittel zum Zweck. Wenn ihr dann sozusagen eure optimale Kniebeuge As to Grass geschafft habt, könnt ihr sagen, okay, ich habe genug Mobilität, um die Kniebeuge As to Grass hinzubekommen. Und dann ist der nächste Schritt die Stabilität. Also dann geht es quasi um Kraftaufbau. Okay? Aber erstmal müssen wir die Mobilität hinbekommen. Und inwieweit Mobilität und Stabilität miteinander verflochten sind, kann ich euch ganz einfach mal zeigen. Und zwar hätte ich gerne, dass zwei von euch sich hier an meine Seite begeben. Du guckst mich so begeisternd an. Ich nehme dich auf jeden Fall. Und ich würde mal sagen, Nick, du auch. Das ist mit Absicht, okay? Kommt mal bitte hier ebenfalls in die tiefe Kniebeuge. Okay? Einfach so eine Abstand von ungefähr einem Meter. So, ich habe euch mit Absicht gewählt, weil deine Technik, kann man schon erkennen, du fühlst dich wohler. Und bei Nick merkt man, du hast natürlich Probleme, die Fersen nach hinten zu bekommen. Also theoretisch ist es noch keine richtige Kniebeuge, weil dir die Mobilität fehlt. Genau. Jetzt demonstriere ich euch, inwieweit eure Performance, eure Stabilität abhängig ist von der Mobilität. Und zwar, ich werde euch einfach versuchen, ein bisschen umzuschubsen. Aber ganz locker. Easy going. Okay? Das heißt, ich schiebe dich einfach und du versuchst einfach stabil zu bleiben. Okay? Einfach stabil bleiben, dich nicht umschubsen lassen. Also er versucht sich auszubalancieren und kriegt das gut hin, sich immer wieder zu stabilisieren. Okay? Das war jetzt nicht stärker gedrückt, aber für ihn ist das schwierig, weil er natürlich Probleme hat, die Fersen nach oben zu bekommen. Das heißt, er muss seine Hände einsetzen, um sich zu stabilisieren und er strauchelt und zittert natürlich. Okay, super. Danke dir. Das ist nur um zu zeigen, wie schwierig es sein kann. Ja? Okay. Wunderbar. Geht ruhig schon mal zurück. Das heißt also, erst ist die Mobilität da und dann kommt die Stabilität. Okay? Und wir werden uns anschauen, bei euch im Speziellen, ob es an den Sprunggelenken hapern kann. Seid ihr schon müde? Ja. Ruhig unten bleiben. Ruhig unten bleiben. Okay? Also, schauen wir quasi eure Gelenke an und dann gucken wir, was funktioniert und was nicht. Das ist der erste Punkt. Gerade habe ich gesagt, die Mobilität ist wichtig für die Performance. Jetzt stelle ich euch eine wichtige Frage. Wenn ihr joggen gehen würdet, geht irgendjemand von euch joggen? Echt? Sogar ein paar Läufer dabei. Das ist echt unglaublich. Okay. Wenn ihr laufen gehen würdet, würdet ihr euch vor dem Laufen gehen eure Handgelenke aufwärmen beziehungsweise mobilisieren? Du nichts? Okay. Echt? Würdest du machen vor dem Laufen? Okay. Also, von Kopf bis Fuß. Von Kopf bis Fuß. Gute Einstellung. Wer wird das nicht machen? Du wirst das nicht machen. Okay. Denkst du normalerweise, würde man sich denken, okay, wieso soll ich meine Handgelenke mobilisieren oder auflockern, wenn ich eigentlich nur meine Beine belaste? Jetzt möchte ich euch gerne demonstrieren. Wir machen da gerne so einen Live-Test, inwieweit das relevant sein kann, sogar vielleicht die Handgelenke zu mobilisieren, bevor ich squatte. Okay. Magst du kurz mal zu mir nach vorne kommen und dich einfach mal hier auf den Rücken hinlegen? Ja. Du hast ja gerade gesagt, nein. Du würdest deine Handgelenke vor dem Joggen... Die Füße hier? Die Füße da. Rückenlage? Ja. Okay. Einfach mal die Beine ausstrecken. Easy going. Okay. Du kannst ein bisschen entspannen, chillen, wenn du willst, ruhig einen Kaffee. Okay. Also Handgelenke sind vielleicht nicht so wichtig. Normalerweise würde man denken, okay, wenn ich squatte, dann mobilisiere ich vielleicht Sprunggelenke, Kniegelenke, Hüftgelenke. Das sind halt die Gelenke, die ja beim Squatten involviert sind. Ja. Ich mache jetzt bei dir einen kleinen Muskelfunktionstest. Ich gucke einfach mal, ob dein Hüftbeuger, ob der gut arbeitet. Mit der Hüfte hast du keine Probleme, gehe ich mal davon aus. Okay. Ich mache jetzt einen ganz einfachen Krafttest. Dein Bein bringe ich jetzt mal in Position, 90 Grad, halt das Bein mal bitte so, selbstständig. Okay. Das Bein wird durch den Hüftbeuger und ein bisschen durch den Quadrizeps umgehalten. Das, was ich jetzt einfach versuchen werde, ist dein Bein zu greifen und es auf den Boden zu drücken. Und du versuchst quasi aus dem Hüftbeuger dagegen zu wirken. Einfach nur halten und ich darf dich nicht unterkriegen. Okay. Fertig? Ja. So. Ich drücke jetzt runter. Und wieder lösen. Und wieder entspannen. Hand funktioniert. Kraft war da, oder? Hat man die Anstrengung mir angemerkt? Ich glaube schon, oder? Also das ist schon anstrengend. Im Endeffekt ist es sein Hüftbeuger, richtig kräftiger Muskel und meine zarten Hände. Bleib einfach liegen, ganz entspannt. Ich gehe jetzt einfach mal an den Fuß ran. Ich sage gleich erst, was ich mache. Okay. Erstmal nur ganz gechillt liegen bleiben, entspannen. Denk an heute Abend. Tut das weh? Nein. Okay. Ich werde euch gleich erklären, was ich mache. Ist noch nicht unangenehm? Okay. So, Bein wieder in Position. Tut dir dein Sprunggelenk weh? Nein. Okay. Wieder gegenhalten. Halt gegen. Nochmal. Gegenhalten. Dritter Versuch. Komm, alle guten Dinge sind drei. Nochmal gegenhalten. Sein Bein wackelt. Immer wieder. Lassen wir ihn wieder locker. War es für dich schwieriger, dein Bein oben zu halten? Ja, deutlich schwieriger. Deutlich schwieriger, ne? Okay. Ist dein Fuß okay? Ja. Okay. Wunderbar. Wir wiederholen nochmal. Okay. Wieder gegenhalten. Und wieder lösen. Besser wieder? Besser, ja. Okay. Lösen. Erstmal hat es super funktioniert. Beim zweiten Mal hat es schlechter funktioniert. Beim dritten Mal hat es wieder funktioniert. Also irgendwas habe ich am Sprunggelenk gemacht, sodass sein Power-Output, also seine Leistungsfähigkeit, runtergegangen ist. Ich hatte echt überhaupt keine Chance, das anzusteuern. Also ich habe wirklich vorher schon irgendwie Luft eingeatmet. Ich habe versucht, ein bisschen Gegendruck aufzubauen. Das war einfach nicht möglich. Das war, als ob das quasi ausgeschaltet war. Jetzt machen wir mal, okay, irgendwie Sprunggelenk ist in dieser Kette involviert. Das heißt, wenn das Sprunggelenk nicht richtig arbeiten kann, nicht mobil genug ist, kann es sich auf die Hüfte auswirken. Okay. Dein Bein war, Hüfte war wieder in Ordnung. Alles safe. Okay. Jetzt habe ich euch vorhin gefragt, würdet ihr eure Handgelenke mobilisieren, bevor ihr laufen geht? Theoretisch könnte ich euch fragen können, würdet ihr eure Handgelenke mobilisieren, bevor ihr squatten würdet? Darf man einen Daumen haben? Ich könnte das auch im Kiefer machen, aber lassen wir mal her. Okay. Wenn es weh tut, einfach schreien, ja? Geht's? Ja. Okay. Nochmal. Und wieder gegenhalten. Nochmal gegenhalten. Okay. Nochmal gegenhalten. Nochmal gegenhalten. Komm. Ist noch schlimmer, oder? Ist noch schlimmer, oder? Der Daumen ist mit dem Hüftbeuger irgendwie besser verwurzelt, als mit dem Sprunggelenk. Okay. Wieder frei. Ready? Und halten. Und wieder lösen. Okay, gut. Okay? Okay. Da musste ich gar nichts machen gefühlt, während ich mich vorher konzentrieren musste. Ja. Also du merkst auf jeden Fall den Unterschied. Ja. Okay. Das ist die Frage. Würde ich mein Daumengrundgelenk mobilisieren, bevor ich squatte? Theoretisch wäre die Antwort, ja. Theoretisch müsste ich das. Okay? Jetzt so kurz eine Erklärung. Was war jetzt Background? Ganz gerne ein bisschen liegen bleiben. Okay. Der Background war im Endeffekt, das was ich gemacht habe ist, ich habe das Sprunggelenk komprimiert. In dem Moment, wo ich das Sprunggelenk komprimiere, bekomme mein zentrales Nervensystem das Signal, da stimmt irgendwas nicht. Eine Kompression kann immer eine Verletzung bedeuten. Wenn ich mich irgendwo verletzt habe, das wisst ihr aus eigener Erfahrung, dann sagt quasi die Muskulatur immer Power Output runter. Das heißt die Leistungsfähigkeit geht in so eine Art Stand-by-Modus. Und das gleiche ist im Endeffekt hier passiert. Das heißt Kompression, Sprunggelenk, Signal in das Gehirn. Das Signal ist aber so fies, dass es bewirkt, dass quasi im ganzen Körper die Leistungsfähigkeit runter geht. Also nicht nur in dem Fall Sprunggelenk, Hüftbeuger, sondern in dem Fall auch, dass ich quasi an einem Daumengrundgelenk eine Kompression hervorgerufen habe. Und durch diese Kompression im Daumengrundgelenk geht auch direkt die Leistungsfähigkeit im Hüftbeuger runter. Und das ist das Fiese. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Verletzung in der Hand hast oder Nacken oder sonstiges, kann es sein, dass dann eine ganze Performance darunter leidet. Das heißt, da haben wir wieder das Ziel der Mobilität oder Mobilitätssteigerung ist im Endeffekt wieder Performance. Habe ich eine Kompression, habe ich eine Verletzung, muss ich das Gelenk in Bewegung bringen, muss ich es mobilisieren, um wieder vernünftig funktionieren zu können. Das ist der Grund, wieso wir die Exercises machen und das ist der Grund, wieso wir heute hier sind. Damit ich euch zeigen kann, wie könnt ihr eure Gelenke besser ansprechen, wie können eure Gelenke besser arbeiten und wie könnt ihr dadurch eure Performance erhöhen. Wir machen jetzt mit den Assessments weiter, beziehungsweise das ist unser Einstieg, dass wir uns jetzt anschauen, wie gut eure Techniken sind. Ich brauche einfach mal jemanden, der hier vorne nochmal eine Kniebeuge vormacht. Einfach ganz normal. Erst dort die Arbeit vor, halte tief runter und wieder rauf. Und dann sage ich euch, worauf ich hinaus möchte. Kein Problem. Okay, die anderen können sich auch wieder entspannt hinsetzen, das ist kein Problem. Langsitz, Handstand, alles in Ordnung. Du hast gesagt, wir sollen uns in antiven Hockey hinsetzen. Ja. Hältst du lange durch. Okay. Pass mal wieder ein bisschen Blut. Ja. So. Schauen wir das nach oben an. Gut. Okay. Noch einmal bitte. Okay. Wunderbar. Worauf ich zuerst, oder was ich ansprechen möchte, ist das von der Nackenposition. Ja. Nackenposition war bei dir neutral. Ist neutral gut, ist neutral schlecht. Was machen viele beim Kreuzheben? Überstrecken den Nacken und nehmen die Halswirbelsäule. Richtig, genau. Ja. Okay. Und das Überstrecken der Halswirbelsäule, ist es in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung? Und wenn es nicht in Ordnung ist, wieso ist es schädlich oder wieso kann es schädlich sein? Ja. Die Frage ist vor allem, leidet oder kann unsere Performance runterleiden, wenn wir den Kopf überstrecken? Was zum Beispiel, wenn ich einen Backsquat mache und das Kinn richtig weit nach oben führe. Das heißt, ich überstrecke. Kann es dann sein, oder wird dann meine Leistungsfähigkeit höher oder wird die geringer? Geringer. Oder kein Einfluss? Geringer. Wird geringer wahrscheinlich. Ja. Okay. Ich möchte euch mal etwas zeigen und dann werdet ihr anhand dieses Tests selber erkennen, ob die geringer wird oder nicht. Dass du hier stehst, ist schon mal super. Ja. Weil du bist auf jeden Fall sehr kräftig. Du hast auch ausgeprägte Nackenmuskulatur. Ich werde gleich noch jemand weiteres mit dazu nehmen für diesen Test. Dieser Test, den ich gleich mit euch machen werde, ist so eine Art Krafttest. Das heißt, ich werde euch jetzt betteln. Ja. Im Endeffekt machen wir folgendes. Meine beiden Bizepse gegen dein Trizeps. Im Endeffekt. Ja. Also ich habe jetzt nicht so dicke Arme. Die müssen auf jeden Fall ein bisschen stärker gepackt. Würdet ihr erstmal sagen, dass ein Strecker oder ein Beuger die kräftige Muskulatur ist? Also zum Beispiel Beinstrecker, Beinbeuger oder Bizeps, Trizeps? Strecker oder Beugemuskel? Strecker. Meistens fast immer der Strecker. Also bei Beinbezeps, weil ich es tatsächlich gesagt habe, das ist der Beuger. Ja. Ne, der Strecker. Ist es ja? Ja. Gut. Ja, meistens ja. Also außer natürlich, ich habe eine Fehlentwicklung. Ich kann natürlich beim Bizeps härter auftrainieren als ein Trizeps zum Beispiel. Das ist aufgrund der Größe, aufgrund der drei Köpfe oder? Er hat was mit der Größe zu tun, er hat aber was mit der Anstrengung zu tun. Einen Strecker anzusteuern ist vom zentralen Nervensystem immer etwas leichter als zu beugen. Okay, wir machen jetzt folgendes. Wir machen jetzt einen kleinen Test. Und zwar dein Strecker, dein Trizeps gegen mein Bizeps. Okay? Du machst folgendes. Du bleibst einfach so stehen. Du fixierst vorne auf der gegenüberliegenden Seite einfach einen Punkt an der Wand. Ja? Sodass der Kopf in neutrale Position bleibt. Okay? Richte dich mal neutral aus. Ungefähr hüftbreit. Du kannst ein bisschen enger stehen. Also so eine breite Hüft. Na ja. Okay? Jetzt mit den rechten Arm nach vorne ausstrecken. Die Finger spreizen. Ellenbogen ist gestreckt. Okay? Das Gute ist, er hat wirklich sehr kräftige Arme. Okay? Also es kann auch sein, dass der Test nicht funktioniert. Dass ich nicht das erreiche, was ich erreichen möchte. Warum rede ich nicht raus? Ja? Ich rede mich jetzt schon raus, bevor wir angefangen haben. Okay? Also das Spreizen der Finger aktiviert zusätzlich den Trizeps. Ellenbogen ist gelockt. Dadurch habe ich die maximale Spannung in den Trizeps. Okay? HWS bleibt neutral. Das ist das Kinn ein bisschen eingezogen. Und ich sage, das ist die stabilste Position, die ich haben kann. Dadurch habe ich mein maximales Power-Ampot. Okay? Ich greife jetzt einmal rum. Und das, was ich jetzt versuchen werde, ist deinen Arm zu beugen. Der Arm darf nicht gebeugt werden. Der bleibt gestreckt. Du schaust nach vorne. HWS in neutrale Position. Ready? Okay? Nicht beugen. Hast du den irgendwo knacken gehört? Der ist wieder repositioniert. Okay, super entspannen. Also für mich ist das anstrengend. Okay? Hat nicht funktioniert. Also ich war nicht in der Lage, seinen Arm zu beugen. Jetzt simulieren wir mal... Alles klar? Alles noch dran? Dann mal sehen. Am Ende des Tages. Jetzt simulieren wir mal eine schlechte Technik. Zum Beispiel jemand, der einen Backsquat macht und der beim raufkommen den Kopf richtig weit in den Nacken nimmt. Was sehr häufig passiert. Leute, die zum Beispiel nicht mehr genug Kraft haben, die neigen dazu. Das Kinn richtig hoch zu ziehen und über die Kopfbewegung natürlich aufwärts zu kommen. Das heißt, machen wir folgendes. Wenn ich sage, schau nach oben. Versuchst du deinen Kopf in den Nacken zu legen und fixierst direkt die Decke über dich. Okay? Zau strecken. Ja, selber Arm. Ja, selber Arm. Jetzt sag mir, du hast Ermüdungseffekt. Nee, nee. Okay. Gestreckt. Finger gesponnen noch nicht. Erst mal nach vorne schauen. Okay? Du musst jetzt mal greifen. Okay? So. Und jetzt Kopf in den Nacken. Kopf in den Nacken. Leck mich doch ab, Arsch. Das gibt's doch gar nicht. Schon ist er weg. Alles gut. Krass. Das war wie so ein Ausschalter, oder? Ja, genau. Also die Spannung mal raus. Ja. Würdest du, worauf ist es zurückzuführen? Auf die Ausrichtung der Wirbelsäule? Wie kannst du, wie erklärst du das? Genau das ist es. Das ist die Ausrichtung der Wirbelsäule. Also, wenn dir das interessiert, das nennt sich atrokinetischer Reflex. Das heißt, in dem Moment, wo du deinen Nacken nach hinten nimmst, hast du eine Stauchung, genau das gleiche mit dem Sprunggelenk, du hast eine Stauchung der Halswirbelsäule. Das heißt, die Wirbel liegen aufeinander. Das Zentrale Nervensystem bekommt das Signal. Meine Halswirbelsäule ist nicht geschützt genug. Und dadurch geht natürlich automatisch dein komplettes Leistungsgefüge dem Bach runter. Das gibt ja konträr jeglicher Gewichtheber-Techniken oder Powerlifter-Techniken, die alle ihren Kopf nach oben nehmen. Das stimmt. Können wir behaupten, dass sie dann noch mehr Leistung bringen können? Theoretisch ja, aber es gibt einige Leute, bei denen funktioniert der Effekt nicht. Es hätte sein können, dass es bei denen nicht angeschlagen wäre. Das sehe ich vor allem bei Leuten, die eine sehr, sehr ausgeprägte Nackenmuskulatur haben. Bei denen funktioniert das wahrscheinlich nicht. Das heißt, auch wenn die in starke Extensionen sind, ist der Nacken immer noch geschützt genug. Also, es kommt immer auf den Athleten an. Das wäre aber etwas, was ich mit jedem einzelnen Athleten testen würde. Ich danke dir erstmal. Ich danke dir. Also, das wäre schon mal der erste Test, zu gucken, wie muss ich meine Halswirbelsäule optimal positionieren. Das, was wir erleben, wenn ein Athlet bei der Kniebeuge hochkommt oder beim Kreuzheben und quasi über das Kinn nach oben kommen möchte, dann ist es nicht die Kopfstellung, die den Athleten nach oben bekommt, sondern es ist die Bewegung der Augen. Ja? Ein kleiner Test mal für euch. Den könnt ihr sofort machen. Macht den aber bitte erst dann, wenn ich zu Ende gesprochen habe. Versucht mal gleichzeitig euer Kind auf euer Brustbein zu bringen und dabei nach oben zu schauen, in einer Bewegung. Okay? Versucht es mal. Es fühlt sich ziemlich doof an, oder? Es funktioniert nicht, weil die Augen geben die Bewegung an. Das heißt, in dem Moment, wenn ich Kreuzheben mache oder Squats und mein Kopf geht nach oben, mein Kinn geht nach oben, dann sind es eigentlich die Augen, die nach oben gehen wollen. Das heißt, die Bewegung der Augen erleichtert die Aufwärtsbewegung. Es ist nicht die Bewegung des Kopfes. Okay? Das sind erstmal die Basics, wieso wir das alles machen, wieso die Mobility-Techniken wichtig sind, die Stabilisierung auch der Wirbelsäule. Und jetzt wollen wir uns gleich mal eure Gelenke im Einzelnen anschauen und wir gehen jetzt quasi weiter zu den sogenannten Assessments, dass wir gucken werden, wie ist die Ausrichtung eurer Gelenke. Der Patrick beleuchtet Dinge nochmal aus ganz anderen Blickwinkeln. Er hat eine ganz andere Herangehensweise, ist noch viel tiefgründiger und zeigt sie natürlich auch Dinge, über die man sich so genau noch keine Gedanken gemacht hat. Und zeigt sie an der Person. Also ich selber habe es erfahren jetzt und hätte nicht gedacht, dass es so einen krassen Einfluss hat. Das muss ich klar so sagen. Okay, vorhin habe ich euch ja erzählt, wie ihr innerhalb von ein paar Minuten eure Leistungsfähigkeit steigern könnt. Und genau da wollen wir auch weitermachen. Leistungsfähigkeit, einmal die Kraft und einmal die Mobilität. Um überhaupt Kraft erzeugen zu können, vernünftige Kraft im vollen Bewegungsausmaß, brauchen wir natürlich dementsprechend die Mobilität. Und ich möchte euch zeigen, wie man innerhalb von ungefähr einer halben Minute eure Mobilität verbessern kann, erhöhen kann. Also die Bewegungsamplitude, auch genannt Range of Motion. Ich brauche jetzt quasi einen Freiwilligen, der vielleicht nicht so super beweglich ist in den Beinen. Also wenn jetzt jemand quasi einen Spagat oder so hinbekommt, dann ist das schon überbeweglich. Also mit einer durchschnittlichen Beweglichkeit entsprechend eines Fußballers. Das wäre super. Wer von euch möchte? Ja? Okay. Dann leg dich einmal hier bitte auf den Rücken. Wir machen jetzt im Endeffekt, ähnlich wie wir es gerade gemacht haben, einen Muskelfunktionstest, ein Vorher- und Nachher-Test. Okay? Einfach mal die Beine ausstrecken. Und ich möchte jetzt also quasi schauen, wie deine Range of Motion, deine Bewegungsamplitude vorher ist. Und dann zeige ich euch eine kleine manuelle Maßnahme. Und danach werden wir erneut die Range of Motion testen, beziehungsweise vorher und nachher vergleichen. Okay? Und zwar, ich mache jetzt erstmal so einen Beinrückhebetest oder Beinanhebetest. Dein rechtes Bein. Ihr schaut einfach, ob ihr selber einen Unterschied seht. Also euer Blick ist ebenfalls wichtig, dass ihr erkennen könnt, okay, vielleicht ist nach diesem Test die Beweglichkeit besser geworden. Du hältst einfach dein Bein ganz entspannt. Einfach den Kopf liegen lassen. Ganz easy going. Locker lassen, locker lassen, locker lassen. Okay. So, hier sperrt er schon. Ihr seht ungefähr, wie hoch das Bein kommt. Ja? Ja, geht noch ein bisschen so. Hier ist Schluss. Okay? So, die ischokorale Muskultur wahrscheinlich, die macht dann irgendwann schlapp, beziehungsweise die macht zu und sperrt die weitere Bewegung. Jetzt gucken wir noch in der Außenrotation, in der Abduktion. Also ein bisschen in die Außenrotation. Knie ist gestreckt. Auf einer Ebene. Und ebenfalls, jetzt fängt es schon an zu ziehen. Okay? Seht ihr, wo sein Bein ist? Ungefähr so einen Winkelmerken. Okay? Wunderbar. So. Bein entspannt halten. So. Jetzt gehe ich an deinen Kiefer rein. Okay? Warst du schonmal beim Kieferorthopäden oder Zahn? Das bestimmt, oder? Kieferorthopäden schonmal gewesen? Vorletzten beim Physiotherapeuten hat er festgestellt, wenn er hier die Muskulatur lockert, dass dann mein Rücken besser wird. Dass dein Rücken besser wird. Okay. Ich gucke mal, ob eine kleine Kieferbehandlung deine Bewegungsaptitude verbessert. Okay. Normalerweise würde ich ein bisschen Massageöl nehmen, das ein bisschen angenehmer ist. Aber wir verzichten jetzt ein bisschen darauf. Kann also ein bisschen unangenehmer werden. Aber es passt schon. Okay? Also wenn es weh tut, dann schreist du einfach. Ja? Geht's noch? Ist ein bisschen unangenehm, oder? Ja. Vor allem, weil ich knirre. Ich habe ja gesagt, schnelle Performance-Steigerung. Stell dir mal vor, ich würde das jetzt 10 Minuten machen, um seine Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Das wäre unangenehm. Okay. Das sind jetzt ungefähr 20 Sekunden, oder? Länge, dass es wieder langsam war? Also mir kommt es vor wie eine halbe Stunde. Okay. Wir sind fertig. Das war's. Okay? Jetzt machen wir nochmal einen Vergleich vorher nachher. Und ihr sagt mir, ob jetzt seine Range of Motion größer geworden ist. Und? Also, ihr seht das von hier. Ist besser geworden, oder? Ja. Gucken wir mal. Leichte Außenrotation. Abduktion. Ich meine, ist größer geworden. Okay. Geht's mit dem Kiefer wieder? Ja. So, das war jetzt quasi Instant Performance. 20 Sekunden lang am Kiefer rumgeschraubt und schon wird seine Bewegungsamplitude größer. Okay? Soll ich euch den Trick verraten? Ja. Ich glaub schon, oder? Okay. Das ist jetzt ein bisschen Entmystifizierung. Weil, wieso das funktioniert hat, war, weil ich ihm Schmerzen zugefügt habe in dem Moment. Das heißt, man würde normalerweise meinen, es gibt irgendwie eine Verbindung zwischen dem Kiefer und vielleicht der ischokoralen Muskulatur oder auch dem Adduktor. Weil im Endeffekt geht es darum, dass ich seine Adduktor gedehnt habe, als ich sein Bein in die Spreizung gebracht habe. In dem Moment, wo ich ihm, weil sein Kiefer natürlich ziemlich empfindlich ist, ist bei allem, wo ich ihm Schmerzen zufüge, geht sein Gehirn in so eine Art Fight-or-Flight-Modus. Das heißt, ich bin quasi ready to fight oder ready to flight. Also entweder ich kämpfe, ich stelle mich dem Kampf oder ich haue ab. Das sind die einzigen beiden Möglichkeiten. Wenn ich gestresst bin, eine Testosteronausschüttung, wenn ich mich vorbereite für das Kämpfen, dann muss ich natürlich auch meine Bewegungsamplitude verbessern, meine Mobilität. Und in dem Fall, wo ich ihm Schmerzen zufüge, hat er nur zwei Möglichkeiten. Entweder er haut mir eine oder er verfeift sich. Also er kann jetzt gar nichts machen. Er muss jetzt liegen bleiben und quasi... Okay, er hätte schon was machen können. Okay? Das heißt, und natürlich sein Fokus liegt auch darauf. Worauf hast du dich gerade konzentriert? Hast du ihm denn heute Abend gedacht, als ich deinen Kiefer bearbeitet habe? Wahrscheinlich nicht, oder? An Überleben habe ich eigentlich gedacht. An Überleben. Er hat an Überleben gedacht. Das heißt, er fokussiert sich darauf. Er hat keine andere Möglichkeit, als den Schmerz quasi zu akzeptieren. Er konnte nicht abschalten. Das heißt, er war dabei. Er war fokussiert. Das heißt, Schmerz zwingt uns genauso, uns zu fokussieren. Heißt im Endeffekt, ich muss mich auf das konzentrieren, was ich tue. Ich muss mich auf die Bewegung konzentrieren und ich muss mich auf die Steigerung der Bewegungsamplitude konzentrieren. Wenn ich irgendwelche Übungen, irgendwelche Techniken mache und ich fokussiere mich nicht darauf, dann wird die Technik niemals sauber und die Verletzungsgefahr steigert rapide an. Okay? Das heißt, es geht darum, dass wir uns fokussieren. Und Schmerz kann uns ebenfalls dazu bringen, um zu fokussieren. Das heißt nicht, dass ihr jetzt alle schmerzhaft trainieren sollt. Nur er zwingt uns natürlich dazu, unsere Konzentration zu erhöhen. Okay? Wunderbar. Danke dir. Das heißt jetzt für uns, in der Erwärmung sollen wir uns immer ein bisschen wehtun, oder? Nein, aber zu fokussieren. Ja, klar. Okay? Okay, wunderbar. Ich habe mich immer interessiert an Mobility. Ich hatte so viele Jahre nur Krafttraining gemacht oder Leistungssport. Ich bin immer noch ein Rackspieler. Und was kann unsere Körper machen, ist der Hammer. Mit einem kleinen Druckpunkt kann alles verbessern. Ich bin sehr begeistert. Das, was wir als nächstes machen werden, ist, dass wir jetzt aktiv an den einzelnen Gelenken arbeiten werden. Und dafür nutzen wir diese Strength Bands hier. Okay. Kommt bitte ein Stückchen nach vorne und geht mal bitte in den Deep Squat. Was ist das häufigste Problem, wenn Leute nicht in der Lage dazu sind, einen vernünftigen Ass to Grass Deep Squat zu machen? Für kurze Hüfte. Du würdest sagen für kurze Hüfte? Fußgelenke. Fußgelenke. Rücken. Was noch? Rücken. Ja. Okay, es sind meistens wirklich die Spunggelenke. Und zwar die Bewegungsrichtung der Dorsalflexion. Das heißt, das Anziehen des Fußes zum Schienbein hin. Das ist das Hauptproblem. Die Hüfte ist weniger das Problem. Und zwar macht man bitte folgendes. Ihr seht, ihr sitzt jetzt alle in ganz, ganz unterschiedlicher Squatbreite. Manche haben die Füße so 30 Grad. Du hast sehr, sehr extreme Außenrotation. Sie sind schon ungefähr 50, 55 Grad bei dir. Sehr, sehr unterschiedlich. Jetzt schaut mal, welchen Hüftwinkel ihr habt. Also genau quasi hier gucken, wie breit sind meine Knie auseinander. Merkt euch mal diesen Hüftwinkel. Und jetzt setzt ihr euch einfach mal hin und spreizt die Beine in eben diesen Winkel. Das ist der Hüftwinkel, den ihr braucht, um zu Squatten. Wenn ihr euch das anschaut, würdet ihr sagen, das sieht besonders anspruchsvoll aus oder nicht anspruchsvoll? Eigentlich nicht. Das sieht eigentlich ziemlich läppisch aus. Das heißt, jeder der in der Lage ist, seine Beine so weit aufzukriegen, hat schon mal die nötige Hüftmobilität, um in den Squat hinein zu kommen. Das heißt also die Abduktion, das Spreizen der Beine. Jetzt kann es sein, dass viele Leute Probleme haben, das Kniegelenk ordentlich zu beugen. Wenn ich in einem Deep Squat bin, habe ich natürlich ein sehr, sehr stark gebeugtes Kniegelenk. Das Knie lässt sich ungefähr bis 150 Grad beugen. Wobei viele gehen natürlich nur bis 90 Grad, weil sie denken, eine tiefe Kniebeuge ist schädlich. Die Leute, die mir sagen, eine tiefe Kniebeuge ist schädlich, die lasse ich folgendes machen, was ihr jetzt bitte auch macht. Ihr geht einmal in den langen Sitz, das heißt, die Beine einfach ausstrecken. Das ist sowieso schon fast. Greift ihr einen Fuß, egal ob links oder rechts, und führt mir die Ferse so weit wie es geht an euer Gesäß ran. Was haben wir jetzt im Knie? Eine Flexion im Kniegelenk von ungefähr 150 Grad. Auweia. Auweia. Ich spüre schon den Schmerz. Es geht gar nicht, oder? Eigentlich dürftest du nur bis 90 Grad gehen, eigentlich hier. Das heißt, alle Leute, die sagen, man darf nur bis 90 Grad squatten, weil man vielleicht das Kniegelenk zu überlassen würde, dürfen eigentlich das Kniegelenk nur so aufgestellt haben. Die dürfen niemals in diese steige Beugung gehen. Das heißt, wenn du in der Lage bist, das Knie hier zu beugen und ebenfalls auf der anderen Seite zu beugen, dann hast du schon mal die notwendige Knieflexibilität, um den Squat hinzukriegen. Wenn du die Beine spreizen kannst von ungefähr 75 bis 90 Grad, dann hast du schon mal die nötige Hüftflexibilität, um die Kniebeuge durchführen zu können. Wenn du aber in den Deep Squat gehst, beziehungsweise du schaffst es nicht, weil deine Knie hinten sind und nicht vor den Zehenspitzen, wirst du niemals in der Lage sein, dich aufzurichten. Weil was passiert? Wenn ich meine Knie nach hinten nehme, geht mein Oberkörper automatisch in die runde Position. Nur wenn ich meine Knie nach vorne schiebe, also in die Dorsalflexion gehe, bin ich in der Lage, mich aufzurichten. Das heißt, es kommt gar nicht so sehr auf die Mobilität der Wirbelsäule an. Weil Knie hinten, Rücken rund, Knie vorne, Rücken gerade. Dorsalflexion der Sprunggelenke. Jetzt ist es so, jetzt müssen wir, im Endeffekt müssen wir lernen, unsere Gelenke in die richtige Position zu bringen. Und dafür brauchen wir quasi diverse Mobilitätsübungen. Wenn ich euch jetzt sage, ja schiebt mir die Knie einfach nach vorne und ihr bekommt das nicht hin, dann wie wollt ihr das umsetzen? Folgendes Beispiel, das mal zu verdeutlichen. Machen wir bitte eine sogenannte seitliche translatorische Bewegung des Kopfes. Das heißt, so viel wie, jetzt kommt die Erklärung, den Kopf erstmal neutral halten und seitlich bewegen. Manche machen Rotation, manche machen so ein bisschen hier so ein Flugzeug, manche kriegen es hin, manche nicht. Diejenigen von euch, die das nicht hinkriegen, entweder sie merken es nicht oder sie denken sich, verdammt, welche Muskulatur muss ich hier arbeiten lassen? Das heißt, das Bewegungsmuster ist gar nicht drin. Wenn ich nicht weiß, wie ich meinen Kopf seifrig zu bewegen habe, dann weiß ich nicht, ja verdammt, welche Muskeln soll ich jetzt aktivieren? Und als Athlet denkt man sich, ja Moment, eigentlich muss das hinkriegen, ich muss ja jeden Muskel ansteuern können. Und am besten lernen wir immer neue Bewegungen mit Impulsen. Früher war das so, ich glaube, das wird immer noch im klassischen Group Fitness immer noch gemacht, dass wenn man Kniebeugen macht, dass man Leuten sagt, irgendwie weg von meiner Hand, wenn es darum geht, dass die Knie nicht zu weit nach vorne kommen. Das heißt, man gibt immer Bewegungsrichtungen vor oder man squattet vor einer Bank, damit die Knie die Bank nicht berührt. Oder man macht Wall Squats. Bei Wall Squats ist das Problem, dass die Wand die Bewegung der Knie behindert. Das heißt, ich komme gar nicht in Ass to Grass. Weil wenn ich jetzt hier die Wand vor meinen Füßen hätte, wie soll ich denn so squattern? Meine Arme kriege ich nur hier hin, aber meine Knie bleiben automatisch hinten. Also Wall Squats können genauso kontraproduktiv sein. Also ich brauche einen Impuls. Wenn ich einen Impuls habe, dann lerne ich die Bewegung viel leichter. Diejenigen von euch, die die Bewegung gerade nicht geschafft haben, ja, machen wir bitte folgendes. Nehmt jetzt einfach mal eure Handfläche, legt sie gegen die Schläfe und drückt jetzt mal mit dem Kopf fünf Sekunden lang in die Hand. Und jetzt spürt ihr an der Seite Muskeln, die arbeiten, oder? Und wieder lösen. Das sind die Muskeln, die ihr braucht, um den Kopf seitwärts zu bewegen. Habt ihr jetzt die Muskeln gespürt, als ihr die Hand aufgelegt habt? In dem Fall ja, weil ich einen Impuls habe. Der Impuls ist die Hand, die von außen gegen die Schläfe drückt. Wenn ich diesen Impuls habe, dann weiß mein Körper automatisch, Yo, da muss ich mich hinbewegen. Da sind die Muskeln, die ich brauche. Und was wir jetzt verwenden wollen, das sind diese Strength Bands. Und diese Strength Bands helfen uns, uns auszurichten. Das heißt, die geben uns von außen einen Impuls und helfen uns, die Gelenke zu optimieren in der Position. Okay? Und ihr macht bitte folgende Übungen. Dori, magst du kurz einmal bitte nach vorne kommen? Stell dich einmal bitte hier mit den Füßen, mit dem Blick zu den Leuten einfach mal rein in diesen Ring. Okay? Geh mal bitte jetzt in die tiefe Kniebeuge. As to rest. Okay? Also wenn ich jetzt die Kniebeuge analysieren möchte, normalerweise schaue ich mir die Kniebeuge von drei Positionen an. Von vorne, von der Seite und von hinten. Von der Seite kann ich nicht immer erkennen, ob die Spunggelenke richtig ausgerichtet sind. Ich erkenne das aber von hinten ganz gut. Das heißt, ich würde mich jetzt im Endeffekt, du bleibst ruhig so, würde mich hier auf den Boden legen, würde schauen, wie sind seine Sprunggelenke im Verhalten zu den Fersen positioniert. Und bei ihnen sieht das sogar sehr, sehr sauber aus. Das heißt, die Knöchel, Ferse, ist schön in einer Linie. Und die meisten Leute neigen dazu, nach innen zu kollabieren. Das heißt, die Fußaußenkante, die geht hoch. Ja? Und das wollen wir nicht. Also seine Sprunggelenke sind auf jeden Fall in dem Bereich sehr gut. Das nennt sich Inversion und Eversion im Endeffekt. Das heißt, da ist die Position wunderbar. Wenn ich jetzt einen Klienten habe oder einen Athleten, der diese Ausrichtung nicht hat, der zum Beispiel wirklich nach innen kollabiert, wo die Fußaußenkanten hochgehen, dann neigen auch die Knie meistens nach innen zu gehen. Dann muss ich die Sprunggelenke nach außen stabilisieren. Und dafür nehme ich dann hier das Strength Band. So geht es aber wirklich tief runter. Okay? Jetzt habe ich quasi das Strength Band an seinem linken Sprunggelenk platziert. Bei ihm müsste ich das jetzt eigentlich gar nicht machen, weil seine Sprunggelenke funktionieren. Wenn er aber nach innen kollabiert, muss ich ihm von außen einen Puls geben. Das heißt, ich setze mich hier hin, übe moderaten Zug aus, jetzt spürst du Widerstand von links. Und jetzt würde ich sagen, squatte mal ein bisschen. Mach mal fünf Squats. Einfach nur für dich. Während er squatte, muss er Widerstand leisten. Das heißt, sein Sprunggelenk arbeitet dagegen an. Okay? Er spürt den Widerstand und ist quasi gezwungen, sein Sprunggelenk in die richtige Position auszurichten. Okay? So. Macht das mal bitte. Geht mal zu zweit zusammen. Schaut euch mal an, ob die Sprunggelenke hier, ob die innere Knöchel und Ferse gut mit deinem Übereinstimmen oder ob ihr einen Kollaps nach innen erkennt. Ja, schieß los. Macht es da Sinn, diese zusammenhängenden Bänder zu nehmen? Weil ich glaube, das Ausstammlung mit Leuten, die nach innen kommen, in den Klinen, dass gibt es diese kleinen Fertigbänden. Ja, ich weiß, was du meinst. Loops zum Beispiel. Also würde ja fast noch mehr Sinn haben, wie ich auf zwei Fliegen in deine Faden geschlagen habe. Nee, nicht unbedingt. Weil erstmal geht es darum, dass es sein kann, dass du eine Disbalance hast. Dass nicht beide Gelenke gleich schlecht oder gleich gut sind. Und dann musst du dich auf ein Gelenk mehr konzentrieren als auf das andere. Und dann kann es auch sein, dass es manchen Leuten schwerfällt, sich auf beide Gelenke gleichzeitig zu konzentrieren. Wenn du jetzt jemandem sagst, Knees out. Also beide Knie mehr nach außen stabilisieren. Es kann fruchten, es kann aber auch nach hinten losgehen. Und hier geht es darum, wirklich zielgerichtet auf einzelne Gelenke quasi sich zu konzentrieren. Also theoretisch geht beides. Aber ein bisschen mehr Feintuning ist, wenn du nur auf ein Gelenk gleichzeitig einwirkst. Und dann tatsächlich mehrere Durchgänge hintereinander und beim dritten, vierten gehen wir dann auf das andere Gelenk und konzentrieren uns darauf. Korrekt, genau. Aber es reicht im Endeffekt jede Übung pro Gelenk maximal eine Minute. Es geht nur um Bewegungskorrektur. Im Endeffekt, du musst immer einen Test machen. Das heißt, du machst vorher die Squats. Schaust, wie fühlen sich meine Sprunggelenke an. Dann arbeitest du mit dem Band. Und wiederholst dann die Bewegung und schaust, ob sich dein Gefühl optimiert hat. Und es kann sein, dass du keinen Unterschied feststellst. Also Dori wird jetzt keinen Unterschied feststellen, weil seine Sprunggelenke sind in der richtigen Position. Deswegen macht das mal für euch. Macht das mal zu zweit zusammen und prüft mal, ob ihr von der Beweglichkeit in eurem Sprunggelenk, ob ihr einen Unterschied spürt, wenn ihr mit dem Band gearbeitet habt. Fünf Wiederholungen, moderater Zug, vorher, nachher, testen, prüfen, fertig. Okay? Okay, super, danke dir. Greift euch mal hier bitte eins der Bänder. Ist egal, ob ihr blau oder rot nehmt. Schaut euch vorher die Sprunggelenke an. Es geht jetzt erst nur darum, ob die Knöchel nach innen fallen oder nicht. Wenn die Fersen oben sind, ist es erstmal nicht so schlimm. Okay. Und? Fällt dir was auf? Ja. Also wenn er unten ist, dann liegt die Ferse quasi komplett auf. Ist bloß beim Hochgehen das ja. Magst du mal ganz kurz nochmal, ich probiere erstmal von hinten an. Okay. Ist ja quasi kurz an hier. Aber bei ihm siehst du auch, Knöchel, Ferse, du hast hier genau eine super schöne Linie. Ja. Also ebenfalls, Knöchel, Fersenbein, eine super saubere Linie. Das heißt, er hat eigentlich eine super Position. Er geht, er kollabiert auch nicht wirklich nach innen. Die Knöchel, wenn er runter geht, gehen die Knöchel, gehen nochmal ganz kurz bitte rauf. Ist wirklich minimal. Beim Runtergehen gehen die Knöchel, gehen nochmal runter genau. Erstmal ein bisschen nach außen und dann in der untersten Position kann es sein, dass die wieder nach innen gehen und werden sie sich stabilisieren. Das ist eine völlig natürliche Bewegung. Also seine Sprunggelenke in dem Bereich, Innenversion, Eversion, super. Die laufen rein. Patrick, kommst du mal bitte? Ich glaube, wir haben hier einen speziellen Fall. Hier sehen wir deutlich, dass die Fußgeläcke nach innen kommen und das auch die Knie sich überträgt. Versuchen wir mal. Okay, ich schau mal von hinten. Ja, also bleibt ruhig mal ganz kurz unten. Bei der Abwärtsbewegung sieht man, dass seine Außenkanten ein bisschen nach oben gehen. Schaut mal ganz kurz hier auf die linke Außen. Gehen wir mal ganz kurz rauf bitte. Seht ihr? Das heißt, die Fußaußenkante geht ein bisschen rauf und dementsprechend geht natürlich der Knöchel nach innen. Das heißt, er kollabiert etwas. Und das gleiche auch hier von der Seite. Gehen wir mal ganz kurz rauf bitte. Das Band nimmst du etwas tiefer, direkt um den Knöchel herum, bleibt da. Und jetzt ist er natürlich gezwungen, weil das gleiche war auch bei dem rechten Sprunggelenk. Also bei ihm ist das super, weil man wirklich jetzt beide Sprunggelenke einzeln bearbeiten kann. Also erstmal konzentrieren wir uns auf den. Okay, und jetzt ist er gezwungen, direkt die Fußaußenkante auf den Boden zu stemmen. Ja, also du arbeitest dagegen, gegen das Band. Geh nochmal runter. Wir schauen mal auf das rechte Sprunggelenk. Und wieder hoch. Mehr Druck auf die Außenkante. Ja. Okay. Noch zwei Wiederholungen. Zieh ein bisschen kräftiger ruhig. Ein bisschen. Jawohl. Und letzte Wiederholung. Okay. Und lösen. Man sieht es wird besser, ganz klar. Es sollte besser werden, ja. Das heißt, nimm jetzt nochmal kurz mal das Band vom Sprunggelenk ab. Ja. Und jetzt machen wir bitte für dich, ohne das Band, zwei, drei Kniebeugen. Guck mal, ob du vielleicht einen Unterschied feststellst. Einfach vom Gefühl her. Ich habe mehr Gefühl im, also ich kriege die Außenkante besser rein. Ein bisschen mehr Kontrolle. Ein bisschen mehr Kontrolle, genau. Ja. Okay. Das Gleiche wird man natürlich dementsprechend auch beim linken Sprunggelenk machen, weil die linke Seite schlimmer ist als die rechte. Das kann ganz unterschiedlich sein. Eine muskuläre Disbalance, weil du halt ein Sprungbein hast, was ein bisschen stärker ausgeprägt ist. Das kann eine Verletzung sein. Ganz, ganz... Kann auch sein, natürlich. Das sind alles die möglichen Gründe. Okay. Ja. Okay. Das sind die Füße. Und ich kann natürlich ebenfalls auch die Dorsalflexion anstören, indem ich die Knie ein bisschen mehr nach vorne bringe. Das sind halt die beiden Möglichkeiten, die ich habe. Okay. Wir wollen jetzt aber auch an die Knie rangehen, beziehungsweise auch an die Hüfte. Das heißt, statt das Band um das Sprunggelenk zu legen, lege ich das Band jetzt um das Kniegelenk herum. Nehme ich ohnehin dafür? Ja, dreh dich ruhig mal kurz um. Ich nehme mal dieses hier. Stell dich noch einmal rein, bitte. Okay. So, geh jetzt erstmal... Wir machen erstmal vorher, nachher. Lass das ruhig erstmal liegen. Geh nochmal in die tiefe Kniebeuge und wir gucken mal, wie weit deine Knie nach außen kommen. Soll ich das nach außen drücken? Oder... Ich kann so noch... Das ist ja wunderbar. Du machst die Bewegung, die für dich richtig ist. Das Problem ist, dass viele Leute denken, dass die Hüfte problematisch ist. Meistens sind es aber die Füße. Das heißt, wenn die Füße nach innen kollabieren, dann ist dir vielleicht gar nicht richtig, dass so eine Lage die Knie auch nach außen zu bringen. Sprunggelenk geht nach innen und Kniegelenk folgt normalerweise dem Sprunggelenk. Das heißt, ich habe immer eine Arbeit, die dagegen wirkt. Er kann aber genauso, wenn er seine Knie nach außen bringt, kann er natürlich auch seine Füße besser positionieren. Er muss natürlich seine Abduktoren aktivieren. Das heißt, Gluteus Maximus, Gluteus Medius. Und die Leute, die meistens nach innen kollabieren, die sind nicht in der Lage, ihre Abduktoren vernünftig zu aktivieren. Stellt euch mal Leute vor, die springen bei der Landung. Viele Leute, die Boxjumps machen. Genau, da gehen die Knie voll nach innen. Weil die einfach zu schwache Hüftstreckmuskeln haben. Und dadurch kommen die in so einen medialen Kollaps rein. Das heißt, die Sprunggelenke gehen komplett nach innen, die Außenkanten gehen hoch und die Leute machen sich ihre Füße komplett kaputt. Wir haben ja auch das Phänomen, dass das Knie quasi immer zwischen Fuß und Hüfte auch mittelt. Es stimmt irgendwas mit der Hüfte nicht und dem Fuß nicht. Dann sehen wir das am ehesten am Knie. Und der Verursacher liegt oft woanders. Das stimmt. Weil das Knie ist im Endeffekt, ich sage immer, ist ein sehr doofes Gelenk. Es macht eigentlich fast nur Flexion und Extension. Am Ende haben wir eine kleine Schlussrotation. Und im Endeffekt ist es ein ganz einfaches Scharniergelenk. Sprunggelenke, oberes, unteres und Hüftgelenk ist viel komplexer. Nichtsdestotrotz, wir wollen jetzt die Hüfte optimieren. Und wenn wir die Hüfte optimieren wollen, dann legen wir das Band, ich mache es mal hier von der Seite, oberhalb des Kniegelenks an. Ich achte also darauf, dass ich am besten wirklich auf der Hose bin, nicht direkt die ganzen Haare runterreiße. Bin direkt oberhalb der Kniescheibe. Hier ist der Zug etwas schwächer, weil je näher ich am Schwerpunkt dran bin, desto leichter kann ich dich quasi aus deinem Gleichgewicht bringen. Ich ziehe hier, du hältst dagegen und jetzt squattest du wieder. Mach mal bitte drei Squats. Und du hältst dagegen. Du spürst, dass deine rechte Hüfte mehr arbeiten muss, oder? Deutlich. Weiter halten, bleib mal oben. Wenn ich jetzt einen Athleten habe, der schafft die Bewegung sauber, den möchte ich aber trotzdem ein bisschen herausfordern, dann besteht die Möglichkeit, noch zusätzlich reaktiv zu trainieren. Das ist immer noch in dem Bereich der Mobilisierung. Das heißt, je nachdem, in welchem Winkel er ist, also ob er oben ist oder nach unten squattet, muss er sich immer stabilisieren. Und da würde ich... Mach nochmal ein paar Kniebeugen. Das wird etwas fieser. Mach nochmal. Das heißt, ich ziehe reaktiv an ihm und er ist gezwungen, sich dementsprechend, wie ich ziehe, sich immer unterschiedlich zu stabilisieren. Okay? Wunderbar. Und auch dadurch wird seine Mobilität größer, weil er eine größere Anpassung hat. Okay? Probiert das nochmal bitte aus. Einfach eine Minute um die Knie herum. Schaut erstmal vorher nachher. Das heißt, wie sind meine Knie in Position? Wenn jetzt jemand dazu neigt, die Knie nach innen zu nehmen, der wird natürlich einen großen Unterschied spüren. Die Leute, die schon die Knie sehr weit außen haben, wie zum Beispiel bei dir, da werde ich dir kaum einen Unterschied wahrnehmen. Probier jetzt mal ganz kurz mal aus. Ja, sehr interessant, sehr informativ. Ja, ich glaube, keiner kann sich so vorstellen, wie man mit so ganz einfachen Sachen so eine große Wirkung im Körper erzielen kann. Man hat wirklich Sachen aus neuen Blickwinkeln mal gehört und mal gesehen. Und gerade auch immer die Frage beim Kniebeugenkreuzchen, ob Kinn hoch oder wirklich neutrale Kopfposition, ist ja wirklich die dauerhafte Frage. Und da wurde das heute mal aus einem neuen Blickwinkel beleuchtet. Ich habe festgestellt, ich beuge ja grundsätzlich in Gewichtheberschuhen. Und heute haben wir die ausgezogen, also ohne Schuhe gebeugt. Und da merke ich schon, dass ich da auch so ein bisschen merke, boah, hier könnte ich irgendwie beweglicher werden. Also eine sehr, sehr coole Gruppe, sehr offene Gruppe. Ganz, ganz unterschiedliches Leistungsgefühl. Also die Leute haben wirklich eine ganz unterschiedliche Performance, was die Kniebeuge anbelangt, von der technischen Ausführung vor allem. Und alle sind sehr, sehr offen, Neues zu lernen. Und ich denke mal, dass ich den Leuten auch mir ein paar neue Tipps und Tricks beibringen kann. Obwohl das schon teilweise eine sehr, sehr fortgeschrittene Gruppe ist. Also es gibt einige Leute, die mindestens das zweifache des Körpergewichtesquatten, was richtig cool ist. Aber ich denke mal, da sind echt noch ein paar Sachen dabei, wo man so ein bisschen was ausgezeln kann. Okay, wunderbar. So, mit den Bändern sind wir erstmal durch. Ich denke mal, das Prinzip habt ihr verstanden. Ihr könnt das natürlich auf alle möglichen Gelenke auch einbeziehen. Das, was wir jetzt als nächstes machen wollen, ist, dass ihr quasi eure Gelenke selber in die richtige Position bringt. Das heißt, jetzt kommen wir zu den sogenannten Drills. Okay? Wir werden bei diesen Drills, bei diesen Mobility Drills, werden wir an den ganzen Gelenken arbeiten. Das heißt, Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüfte, werden ein bisschen so die Wirbelsäule involvieren. Okay? Wir werden aus der Deep Squat Position starten. Das heißt, kommt noch einmal in eure Lieblingsposition des heutigen Tages. So, wir sind jetzt hier in der Außenrotation. Die Außenrotation ist bei den meisten Leuten eher weniger das Problem. Ja? Wir haben vorhin erfahren, da sind meistens eher die Füße. Von der Hüfte her, die Hüfte macht natürlich nicht nur eine Außenrotation, die macht natürlich auch gerne eine Innenrotation. Ja? Nehmt mal bitte die Arme ein bisschen nach vorne. Einfach in Vorhalte. Jetzt geht ihr mit einem Knie nach innen ganz sanft runter. Und wieder zurück. Das sieht schon bei dir, ne? Andere Seite. Im Wechsel. Erstmal so ein bisschen. Wichtig dabei ist, bleibt bitte auf der Innenkante eures Fußes. Geht nicht mit der Ferse nach oben. Okay? Ihr bleibt auf der Innenkante. Okay? Die komplette Innenseite muss aufliegen, ne? Ja, bitte. Geht nur so tief, wie es geht. Und versucht dadurch, eure Bewegungsamplitude nach und nach etwas zu erhöhen. Das Ziel ist es, das Knie auf den Boden zu bringen. So kommt man an seine Grenzen. Das ist wunderbar. Ohne festhalten kannst du knicken. Ja, mach einfach nur das, was geht. Kein Problem. Wunderbar, sehr schön. Ja? Warum komme ich auf eine Seite tiefer und auf die andere gar nicht? Weil du auf einer Seite eine höhere Beweglichkeit in der Innenrotation hast. Ja? Dann hast du auf jeden Fall da eine Einschränkung. Okay? Und wer hat damit kein Problem? Wunderbar. Kein Problem. Wie sagt ihr, super? Mit Abschnitzen. Nächste Stufe ist aber trotzdem, wenn ihr es schafft. Ja? Es gibt ja ein paar, die schaffen das, die kommen damit klar. Das heißt, ein Bein nach innen, absetzen, Knie nach außen. Kannst du bitte das noch mal machen? Ja. Knie geht drauf. Wir gehen hier. Auf der anderen Seite nochmal. Das Knie geht nach innen. Ich gehe in die Innenrotation. Setz mich hin. Nimm das andere Knie nach außen. Gehe hier hoch. Okay? Und so gehe ich quasi auf die einen Seite runter. Und komme wieder nach oben. Hier habe ich eine Kombination. Wie kommt man hoch? Sieht super entspannt aus. Das ist wunderbar. Okay? Also Innenrotation und Außenrotation. Wir machen das einfach. Wir gehen nur in die Endposition. Endposition heißt, hinsetzen, vorderes Bein anwinkeln, hinteres Bein anwinkeln. Das heißt, wir haben vorne Fuß oder Oberschenkel und hinten die Ferse am Gesäß. Wenn ich hier so zur Seite lehne, das ist relativ easy, oder? Die meisten spüren hier auf der Seite so ein bisschen die Blockade. Weil hier sind wir in der Innenrotation. Okay? Deswegen erstmal hier zu der offenen Seite einfach mal so ein bisschen ausdehnen. Wir dehnen uns mal ganz kurz, damit du hier auf der Seite so ein bisschen die Erleichterung spürst. Das ist angenehmer. Kommen wir ein bisschen runter. Gehen wir auf den Ellenbogen. Jetzt müsstet ihr alle so einen leichten Stretch spüren. Versucht mit beiden Armen runter zu gehen. Und wer möchte, macht ein kurzes Nickerchen. Das heißt, Oberkörper wird abgelegt. Okay, und wieder raufkommen. Langsam aufrichten. Nicht zu schnell. Jetzt zu der geschlossenen Seite drehen und versuchen an das Sprunggelenk zu greifen. Beide Hände? Es geht beide Hände. Ja. Entweder Knie, entweder Schienbein, Sprunggelenk oder noch weiter drehen. Wir versuchen zu rotieren. Mit dem Oberkörper, ja? Mit dem Oberkörper, ja. Natürlich, ja. Wir drehen uns von einer Seite. Einmal rauf zu drehen. Und... Okay? Nein, er bleibt direkt einfach sitzen. Das ist auch okay. Okay? Dreh dich mal ein bisschen rein und raus. Einfach mal von einer Seite zur anderen. Und du wirst merken, es wird nach und nach besser. Es wird besser. Der Schmerz lässt nach im Laufe der Zeit. Der Oberkörper bleibt aufrecht. Versuch wirklich gerade zu bleiben. Machst einfach eine kleine Bewegung. Das ist auch okay. Okay. Und sitzen bleiben. Wir haben noch eine zweite Seite. Wir machen jetzt eine sogenannte Transition. Das heißt, wechseln von einer Seite auf die andere. Dafür nimmst du das hintere Bein vor und das vordere Bein zurück. Und wechselst jetzt die Seite. Okay? Bei den einen oder anderen sieht es ein bisschen weniger elegant aus. Aber lass sie jetzt einfach mal durchgehen. Okay? Jetzt haben wir hier wieder die offene Seite. Bei der Glüte muss man auf der bottom fest bleiben? Ja, das wäre optimal. Beziehungsweise du hast hier auf der Seite, wenn du dich natürlich hinsetzt, hast du natürlich hier so ein bisschen eine Verdrehung. Das wird schwierig. Also wenn der Po ein bisschen oben ist, ist kein Problem. Sollte es aber relativ entspannt sitzen. Okay? Ilmenismus bleibt schmerzfrei. Ganz wichtig. Wieder zur offenen Seite. Das ist jetzt die andere. Rüber. Unterarm eins. Unterarm zwei. Und wenn möglich Oberkörper ablegen. Kurz einfach mal diese Dehnung spüren. Dass du das Gefühl hast, okay, die Hüfte geht auf. Ich habe den Zug mehr am Rücken gesehen. In der Seite, ne? Ja. Ja, dann ist euer Rückenstrecker ziemlich zu. Wenn man nur Kreuze und Kniebeuge macht, dann passiert das. Ich fühle mich nicht die Seite. Schlimmer wäre es, wenn niemand von euch nichts mehr fühlen würde. Das wäre übel. Okay, kommt wieder rauf. Okay, jetzt rotiert wieder. Das heißt, von der einen Seite zur anderen zum Schienbein greifen, kurz in der Position verweilen und dann wieder zurückdrehen. Also wir haben immer einen Wechsel von der geschlossenen zur offenen Seite. Versuch den Oberkörper aufrecht zu halten, soweit wie es geht. Dann haben wir noch ein bisschen Rotation in der Brustwirbelsäule mit dabei. Okay, wunderbar. Wieder nach vorne ausrichten. Jetzt machen wir nur Wechsel der Beine. Das heißt, das hintere Bein kommt wieder vor und das vordere Bein kommt zurück. So gut es geht, ohne Einsatz der Arme. Die Beine bewegen sich von alleine. Nur wenn es geht. Nochmal. Wechsel. Das ist der Unterschied zwischen Flexibilität und Mobilität. Ja. Wir bewegen uns aktiv. Bleiben wir auf einer Seite. Jetzt geht es darum, Gesäß zu aktivieren. Wir kommen rauf. Das heißt, Kniestand aus der Position, Gesäß anheben. Ja. Das ist leichter. Aktivieren. Gluteus Max. Okay. Langsam wieder runter. Absetzen. Versuch nicht runter zu plumpsen. Die Beine noch mal wechseln. Und Gesäß aktivieren. Aufrichten. Wunderbar. Und ein paar Mal wiederholen. Funktioniert? Ja. Wunderbar. Okay. Jede Seite noch einmal. In der Hüfte spürst du es am meisten, oder? Dann bleibt man wieder hier sitzen. Hier sehen wir ganz klar, was Mobilität wirklich bedeutet. Und man kommt definitiv an seine Grenzen. Also ich glaube, jeder von uns hier spürt, was es bedeutet, wirklich mobil zu sein. Und ich merke auch schon jetzt, wie sich besser etwas verändert, wie ich beweglicher werde. Definitiv. Ich empfinde das sehr schwierig, sich da alleine so zu motivieren. So eine Mobility-Geschichten durchzuführen. Und wenn ich nicht wüsste, was es für einen Mehrwert für mich hätte oder hat, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen. Und ich glaube, das ist so eine Übung. Das ist was, was du, wenn du es machst, dann wirst du im Studio erstmal so komisch angeguckt. Weißt du, das ist ja echt für ein Quatsch da. Aber gerade, wenn man viele Muskeln hat und Muskeln hoch trainiert hat, muss man da nochmal extra drauf aufpassen. Und vor allen Dingen auch als Athlet. Das Gute ist aber, du musst es ja nicht täglich 20-30 Minuten machen. Das sind Übungen, die baust du einfach in dein Warm-up ein. Machst 5-10 Minuten, machst du deine Drills, deine Exercises und das war's dann auch. Dann kannst du dich dann mit deinem Hauptfokus wieder auf das Training konzentrieren. Also das ist ganz wichtig. Es sind immer nur ein paar Minuten und ich muss nicht alles nonstop durchmachen. Hast du denn deine drei Top-Aufwärmübungen? Ja, die machen wir gleich. Machen wir, okay. Machen wir gleich. Das ist schon mal ein wichtiger Teil davon. Ja, also da musst du leider durch. Okay. So, wir erweitern noch ein bisschen. Das ist immer so ein kleiner Aufbau. Es wird ein bisschen schwieriger, ein bisschen wird es leichter. Wir nehmen jetzt das hintere Bein nach vorne. Ja, so eine Art wie so ein ganz gechillter Strandsitz. Okay. Hier sind die Beine ungefähr 19. Okay, wirklich. Sprunggelenke bei dir, oder? Alles wird insgesamt einfach geschmeidiger, weißt du? Ja, es wird geschmeidiger. Es wird nach und nach ein bisschen geschmeidiger. Okay, aus der Position. Die Arme ein bisschen nach vorne legen und jetzt mit dem Gesäß auf die hintere Ferse versuchen wir nach vorne zu schieben. Ach du Scheiße. Okay. Da wird es schwierig. So, die meisten haben jetzt damit Probleme. Okay. Ich bin nicht. Ich bin nicht der Einzige. Okay, mach bitte folgendes. Ihr seid nicht die Einzigen, die damit Probleme haben. Wir machen folgendes. Ihr geht mal zu zweit zusammen und macht das gemeinsam. Okay. Das sieht dann so aus. Gehen wir bitte in die Position. Also setzen. Beine sind ein bisschen geöffnet. Okay. Und einer hilft dem anderen. Das heißt, du greifst, du hältst dich an mir fest. Das ist wichtig. Ich halte dich ihnen fest. Okay. Gehst rauf und alleine wieder runter. Aus der Position, ich spiegle dich mal ein bisschen, wechselst du die Beine. Einfach so umklappen. Okay. Wieder an mir festhalten und wieder hochziehen. Zieh, 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 zieh. Okay. Wieso ziehe ich ihn nicht hoch? Er zieht sich selber hoch, weil er entscheidet selber, wie viel Hilfe er braucht. Wenn ich ihn hochziehe, entscheide ich für ihn. Er muss aber selber gucken, okay, ich muss ein bisschen kräftiger ziehen oder ich muss ein bisschen weniger ziehen. Okay. Das heißt, zu zweit er greift, ich lege mich nur ein bisschen nach hinten und er zieht selber. Dann alleine runter, exzentrisch, wieder runter, runter, runter. Auch wenn du plumpst, Beine wechseln. Okay. Festhalten. Aufstellen. 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 Und hochziehen. Und zieh, 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 zieh. Wunderbar. Okay. Versuch's mal zu zweit. Eine Minute, dann sind wir durch. Okay. Die Seite ist viel härter. Ja, das ist dein Hüftbeuger. Ja, das ist dein Hüftbeuger. Und zieh. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. Ja, sehr schön. Nochmal. Sollte. Sollte. Jawohl. Aktiviere dein Gesäß. Dann merkst du, dein Hüftbeuger ist zu fest. In deinem Verhältnis zu deinem Gluteus Maximus ist dein Hüftbeuger zu fest. Deswegen, du kannst nicht genug Kraft im Gesäß entwickeln. Jetzt aus dem Hintern, kräftig anspannen, 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 anspannen. Jawohl. Dadurch nimmst du dir auch viel Leistungsfähigkeit. Allein durch diese Disbalance nimmst du dir sehr, sehr viel Power raus. Okay? Noch einmal. Und dann ist gut für dich. Komm schon. Jawohl. Und wieder lösen. Okay, sehr schön. Was würdest du da empfehlen? Also ich schätze, 3-Campfer hebe wie in Sumo. Da bin ich noch stärker. Mach die Übungen. Du musst die Übungen machen. Du musst immer wieder Innen-Außen-Rotation. Deswegen machen wir jetzt diese Drills. Wenn du die 2-3 Übungen einbaust, das reicht völlig. Das reicht aus. Okay? Habt ihr gemacht? Beide Seiten. Ja, beide Seiten. Einfach wechseln. Mach noch eben schnell durch. Und dann bauen wir weiter auf. Zieht euch immer so kräftig hoch, wie ihr braucht. Wenn ihr das Gefühl habt, ich muss ein bisschen kräftiger ziehen, dann zieht ihr ein bisschen kräftiger. Ich komme mit dem Pussen jetzt besser. Besser jetzt? Ja. Also die Knie sind viel mehr... Viel mehr außen. Ja. Da haben wir schon, nach 2-3 Minuten Drills wird es schon etwas besser. Okay? Ich habe auch weniger Zug in die Hufbeure jetzt. Ja. Es optimiert sich sehr, sehr schnell. Das ist das, was ich meine, dass du innerhalb von ein paar Minuten schon Verbesserung spürst. Okay. Okay? Okay. Wir machen weiter. Aus der Position. Jetzt müsst ihr wieder ein bisschen alleine arbeiten. Ihr könnt quasi auch, wenn ihr alleine seid, entweder ihr haltet euch irgendwo fest, ihr nehmt euch ein Band, was immer fixiert. Ihr könnt auch quasi euch von unten so ein bisschen nach oben arbeiten. Versucht jetzt von ihr hinten gleichzeitig nach oben zu kommen, wieder in den Kniesstand, ähnlich wie wir es gerade gemacht haben. Okay? Jungs, seid ihr dabei? Aus der Position aufrichten. Gesäß wieder fest? Haben wir noch nie gemacht? Nein. Vorhin sind wir aus der Position hochgekommen und jetzt haben wir mehr so einen Ritterstand. Jetzt sind wir höher. Runter, öffnen, schließen und wieder hoch. Dann kannst du das aufhören und schließen nochmal zeigen? Ja. Auch kleine Spreizen. Wieder ranziehen. Und hoch. Yeah. Genau. Und wieder setzen. Auch hierbei, du kannst, wenn du das Problem ist, raufzukommen, ein bisschen stampfen. Du stampfst ein bisschen auf, versuchst dadurch ein bisschen Schwung zu holen, dadurch kommst du viel, viel leichter nach oben. Und wieder hinsetzen. Okay? So, jede Seite noch einmal. Also, bei euren Kniebohlen schnauft ihr bestimmt weniger, oder? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay. Wieder lösen. Sehr schön. Okay? Kurz die Beine ausstrecken. Ein bisschen auslockern. Wir kombinieren jetzt ein bisschen, okay? Ich zeige euch jetzt eine Kombination von verschiedenen Drills. Baut auf auf dem, was wir gerade gemacht haben. Okay? Dabei dreht ihr euch so leicht um 180 Grad. Okay? Ich zeige euch das erstmal. Also, sieht folgendermaßen aus. Die Bewegung. Knie ab, haben wir gemacht. Das andere Knie hoch. Aufrichten. Hinsetzen. Beine wechseln. Hinterfuß vor. Vorne schieben. Drehen. Andere Seite. Knie ab. Knie ab. Hinsetzen. Beine wechseln. Fuß vor. Und wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Easy. Easy going. Okay? Okay? Nochmal zur Erklärung. Ich zeige euch das nochmal. Kannst du jedes Mal nummerieren? 1, 2, 3, 4, 5, so dass wir uns an die Runde erinnern konnten, was wir da zu machen haben? Natürlich. Machen wir sehr gerne. Okay? Habt ihr alles gerade schon gemacht? Das ist nur Aufbau und eine Kombination. Okay? Das ganze Paket. Also, aus der Position. Knie ab, ist 1. Knie ab, hoch, ist 2. Setzen, ist 3. Beine wechseln. 4. Fuß vor. 5. Jetzt haben wir hier eine offene Seite. Hochrutschen. Drehen. 6. Das war's. Und das, was wir jetzt machen, ist, wir fangen mit dem anderen Knie an. Okay? Das heißt, wir waren gerade mit dem rechten Knie unten. Genau, jetzt gehen wir links runter. Das heißt, links geht runter. Rechts ab, vorne hoch. Hinten setzen. Beine wechseln. Hinteres Bein geht vor. Gesäß zur Ferse. Hinten aufstellen. Und hochrutschen. Man kann das zu zweit machen. Man kann das als Partnerübung machen. Man muss nicht verzweifeln. Man kann das an der Stange machen. Wenn du in der Lage bist, die Vorübungen zu machen, dann hast du das jetzt wirklich komplett drin. Die Vorübung heißt, Knie nach innen zu bringen und das, was wir gerade gemacht haben. Das sind alles Sachen, die wir auch aus dem Deep Squat haben. Das ist, wenn ich im Deep Squat bin, meine Knie nach vorne bringe. Dann schaffe ich auch diese Übungen. Weil dann habe ich, die Hüfte ist auf, Sprunggelenk, Dorsalflexion. Und dann ist es egal, dann kann ich auch hier in die Pistelposition reingehen. Dann ist es überhaupt gar kein Unterschied. Weil das ist genau die gleiche Position. Okay? So, die Hüfte brennt schon ein bisschen bei euch, oder? Ja. Okay. Gut, setz dich nochmal hin. Kurz noch chillen. Ein bisschen auslockern der Beine. Okay. Sprunggelenk. So hinsetzen, kriegt ihr alle hin. Ihr seht es auf die Ferse. Ja, ich sitze. Genau. Das reicht schon. Nimm die Hände ein bisschen nach vorne. Das reicht. Auf das Knie wollen wir uns fokussieren. Wir wollen hier in die Dorsalflexion gehen. Das heißt, wir wollen das Knie nach vorne schieben. Also greifen wir das Knie, schieben und lassen es ein bisschen kreisen. Dürfen wir mit dem Fuß hinten hoch kommen? Nein. Okay. Die Ferse bleibt unten. Das ist wichtig. Es kann mehrere Gründe geben, wieso du nicht nach vorne kommst. In genau der Position. Entweder es liegt daran, dass dein tibiales Anterium nicht gut genug arbeitet, der Schienbeinmuskel, oder es kann sein, dass der Soleus deinen Wadenmuskel zu sehr zieht. Also entweder ist es quasi ein Muskel in der Unterfunktion, das ist der Tibialis, der diese Dorsalflexion macht, oder der Wadenmuskel des Oleus arbeitet nicht richtig. Okay? Deswegen versuchen wir jetzt quasi mit etwas Druck zu arbeiten. Die Ferse bleibt aber in Position. Okay, also die Frage ist vielleicht ein bisschen blöd, aber ich kann hinten überhaupt nicht auf dem Fuß sitzen. Tut es im Sprunggelenk weh oder im Knie? Ja, im Sprunggelenk. Ja, dann liegt es einfach auch daran, dass die Flexibilität in der Plantaflexion, diese hier ebenfalls nicht gegeben ist. Okay. Dass du hier dann Probleme hast. Ja. Wir können aber gerne das direkt aufgreifen, machen ein paar Übungen im Stand, dann ist so die Hüfte ein bisschen entspannter. Ja. Okay, kommt mal alle rauf. Also ich gebe zu, für den einen oder anderen sind diese Innenrotationen, Außenrotationselemente schon relativ happig. Wir gehen jetzt einfach mal einen Schritt zurück, konzentrieren uns ein bisschen auf die Füße. Okay? Also, stell dich schulterbreit hin. Wir gehen jetzt ins sogenannten Lateral Tilt. Das heißt, wir konzentrieren uns darauf, dass der Knöchel nach außen geht. Jawohl, genau in diese Richtung. Zurück. Und die andere Seite ebenfalls. Der andere Knöchel geht raus. Genau. Wechselt einfach mal von einer Seite zur anderen. Viele Leute haben das Problem, dass sie nach innen kollabieren. Und deswegen... Nach außen. Genau. Deswegen schieben wir die Sprunggelenke nach außen, um dieses Bewegungsmuster zu verbessern. Also wenn du nach innen kippst, mach diese Bewegung. Okay? Also ich kann dazu von meinen Kunden sprechen. Die meisten benutzen ja ihre Hüfte quasi nur als Scharniergelenk. Das heißt also, Innen- und Außen-Motation findet eigentlich im Alltag kaum statt. Und die haben mit solchen Sachen halt riesige Probleme. Also ich denke persönlich, dass dieser Mobility-Workshop also für Menschen des Alltages fast perfekt ist. Ja, weil sie mit solchen Sachen riesige Probleme haben und deswegen Rückenschmerzen und Fischschmerzen haben. Ja, es eignet sich eigentlich wirklich für jeden. Du musst einfach nur gucken, welches Level du hast oder welche Einschränkungen. Ja? Und diese Sachen bei den Füßen, das sind eigentlich schon die Basics. Ja? Ganz wichtig ist, ihr müsst nicht denken, wenn ihr diese Bewegung macht, dass das Sprunggelenk nach außen geht, dann braucht ihr nicht zu denken irgendwie, dass dadurch die Bänder ausleiern. Weil wir machen kein Stretching. Das heißt, ich gehe mit dem ganzen Oberkörper, mit meinem Gewicht gehe ich auf den Fuß. Das heißt, wenn ich beide Füße nach außen setze. Das heißt, ich bin jetzt auf den Außenkanten. Ja? Das könnte ich auch im Bodyguard machen. Ja, aber jetzt Moment. Ich mache jetzt mal einen kurzen Sprung. Schaut mal. Ich habe gesagt, es geht nicht nur um Mobilität und Beweglichkeit. Es geht auch um Kraft. Okay? Also, das heißt, meine Bänder sind nicht nur gedehnt und flexibel, sondern auch relativ kräftig. Und das erreiche ich nur, wenn ich immer wieder aktiv da rein arbeite. Okay? Probiert das jetzt aus. Nein, nein. Nicht ausprobieren. Okay? Das ist erstmal wichtig. So. Eine kleinere Übung für das Sprunggelenk. Nehmt mal bitte den Fuß nach hinten. Neutral ausgerichtet. Und jetzt zieht ihr mit den Zehen quasi in den Boden hinein. Das heißt, das Knie geht nach vorne. Und ihr spürt die Dehnung am Sprunggelenk. Ihr solltet die ein bisschen weniger am Schienbein spüren. Das heißt, ihr zieht quasi eure Zehen in die Länge. Ja? Als ob ihr so ein bisschen mit den Fingern knacken würdet. Okay? Spürt ihr das? Dann nehmt ihr den Fuß weiter nach vorne. Noch weiter. Besser? Dann musst du noch ein bisschen weiter nach vorne kommen. Jetzt geht ihr mit dem Knie in die Innenrotation, sodass ihr ein bisschen mehr die kleinen Zehen zieht. Gut. Ja? Jawoll. Ziehen. Rumdrehen. Außenrotation. Den großen Onkel einmal ziehen. Erinnert sich vorhin noch an den Daumen. Gleiches Prinzip. Okay? Wir machen jetzt die Zehen frei. Okay? Wir fangen erst mit den Füßen an, bevor wir anfangen zu squatten. Okay. Und lösen. Andere Seite. Fuß. Ziehen. Okay. Dann ein bisschen nach innen rotieren das Knie. Die kleinen Zehen. Jawohl. Und nach außen rotieren. Jawohl. Wunderbar. Okay. Alle nochmal in die Hocke. Sprunggelenk. Wir wechseln jetzt quasi von Dorsal zur Plantaflexion. Aus der Position. Die Knie nach vorne ab. Hinfallen kann jeder. Füße flach absetzen. Füße aufstellen. Knie anheben. Also da bleiben? Auf den Füßen. Okay. Okay? Was haben wir hier? Spannung in der Fußzone und in der Schienbeimmuskulatur. Okay? Absetzen. Keep squat. Ihr könnt da die Beine weiter öffnen. Wenn ihr weiter entspannter seid, dann macht die Beine auf. Okay? Anheben. Knie ab. Füße flach. Hinsetzen. Füße aufstellen. Knie anheben. Absetzen. Im Endeffekt switchen wir von einer Position zur anderen. Und haben die komplette Beweglichkeit im Sprunggelenk, die wir benötigen, um den Deep Squat auszuführen. Okay. Und wieder entspannt hinsetzen. Spürt ihr eure Schienbeine? Ja. Genau. Ihr spürt die, weil eure Schienbeine in der Vergangenheit nicht gut genug arbeiten. Deswegen spürt ihr das. Das heißt, die rebellieren jetzt die Muskeln. Den Soleus oder die Waden spürt ihr vielleicht ein bisschen weniger. Aber Tibialis ist nicht aktiv genug. Ja, bitte. Ist das der Grund, warum ich beim Joggen erhebliche Probleme mit meiner Schienbeimmuskulatur habe? Deine Füße sind wahrscheinlich das Problem. Es ist eine Kombination immer. Das ist so ein bisschen wie, was war zuerst da? Die Henne oder das Ei? Es kann einfach sein, wenn dein Sprunggelenk oder deine Sprunggelenke nicht beweglich genug sind, dass sich das negativ auf deine Schienbeimmuskulatur auswirkt. Und dann spürst du eigentlich die Schmerzen. Und der häufigste Grund bei Läufern, wieso die Schienbeine wehtun, ist in erster Linie erstmal eine mangelhafte Beweglichkeit im Sprunggelenk. Okay. Also müsstest du eigentlich deine Sprunggelenke besser mobilisieren und dann würden auch die Schmerzen weggehen. Man kann also nicht sagen, dass es ein Körpergewichtsproblem ist. Also pauschal sagen, alles was über 100 Kilo wiegt, sollte nicht joggen oder hat Probleme im Vorderen Schienbein. Weil ich kenne es auch vom Joggen, dass meine Vorderen Schienbeine extrem schnell zu sind einfach. Und auch einen enormen Muskelkater haben nach dem Laufen. Ja natürlich. Also du hast natürlich eine erhöhte Belastung, aber das hat nicht mit dem Körpergewicht zu tun. Du musst natürlich in der Lage sein, dein Körpergewicht zu kontrollieren. Aber das ist genauso, wenn ich jetzt squatte mit dem 2-fach oder 3-fach meines Körpergewichtes. Ist genau das gleiche. Das heißt, ich muss schauen, dass ich mich erstmal an die Belastung anpasse. Aber grundsätzlich kann man das nicht sagen, wenn ich ein schwerer Athlet bin, sollte ich nicht joggen gehen. Okay. Ja, definitiv. Also wir haben einmal, dass ein gewisser Muskel nicht richtig funktioniert, beziehungsweise unteraktiv ist und andere Muskel können überaktiv sein. Magst du mal ganz kurz nochmal den Deep Squat einmal vorzeigen? So, spürst du noch eine Innenschenkel oder einen Hüftbeuger? Viel weniger, ich kann tiefer sitzen und lockerer. Also ich muss jetzt den Arsch nicht mehr anspannen. Okay, du spürst aber den Hüftbeuger ein bisschen? Ja, links. Okay, den merkst du noch ein bisschen? Ja. Okay. Leg dich einfach ein bisschen mit den Füßen mal zu mir hin. Okay, einfach mal auf den Rücken legen. Ganz kurz. Wenn ihr eine Kompression spürt, also viele Leute, die hier die Kompression spüren im Hüftbeuger, die neigen auch dazu, sich bei den Squats immer so ein bisschen nach vorne zu lehnen. Ja? Das heißt, das sieht dann bei den Leuten im Endeffekt so aus, dass die dann von hier aus ungefähr so squatten. Ja? Habt ihr schon mal gesehen. Und die sind in so einer Position wie so einem Skifahrer und die kommen nicht tiefer, aber der Oberkörper liegt hier. Im Endeffekt muss ich in der Lage sein, den Oberkörper aufzurichten. Das hat was damit zu tun, dass der Hüftbeuger mich nach vorne zieht. Und bei dir ist das auch der Fall, obwohl du schon gut squatten kannst, dein Hüftbeuger ist überaktiv und dein Gesäß arbeitet nicht gut genug. Deswegen lehne ich mich nach vorne. Das heißt, der Hüftbeuger zieht zu stark. Also müsste man quasi den Hüftbeuger runterschalten und dein Gesäß aktivieren. Okay, bei dir haben wir ja das Problem, dein Hüftbeuger macht zu und den können wir jetzt im Endeffekt frei machen. Das ist eine Sache, das was wir hier zeigen, das könnt ihr auch mit irgendwelchen Triggerbällen machen, mit Lacrosse-Bällen und sonstiges, das ist auch möglich. Nicht jeder hat irgendwie einen fremden Daumen zur Hand oder einen Physio, der einen bearbeiten kann. Okay? Also konzentriert euch auf den Muskeln, den ihr frei machen müsst. Und in dem Fall ist es bei dir wahrscheinlich hier der Hüftbeuger unter anderem. Ihr müsst nicht genau erkennen können, welcher Muskel das ist. Ihr müsst nur die schmerzhafte Stelle finden. Das heißt, hier gehe ich ran, versuche ein bisschen zu arbeiten, arbeite mich ein bisschen dran und bin jetzt quasi genau zwischen den Muskeln. Okay? Ich weiß, sieht ein bisschen komisch aus. Ist aber so. Für ihn ist es aber unangenehm. Also es ist kein Vergnügen für ihn. Das weiß ich. Ich gehe also quasi zwischen die Muskelbäuche, arbeite mich noch ein bisschen runter. Hier oben so der Hüftbeuger, der zieht natürlich bis zur unteren Rippe. Der interessiert mich nicht. Aber ich weiß, da hat er sein Problem. Der Muskel ist überaktiv. Der springt mir quasi entgegen. Auch das wieder. Ich muss nicht jeden Tag 10 Minuten rollen, mich mit irgendwelchen Blackrolls oder sonstigen Faszien Geschichten irgendwie langweilen. Zwei, drei Minuten auf den Punkt gebracht und fertig ist die Sache. Du hattest noch immer auch im Innenschenkel. Links oder rechts oder beide Seiten? Links. Links auch. Okay? So. Hier oben ist es vorbei. Ist hier okay? Nö, nichts. Hier ist es okay. Also es ist okay, ja? Also ich... Okay. Okay. So schnell kann es mich ein bisschen ändern. Also auch hier hat er eine Sperrung. Er hat das Problem, dass er das Bein nicht weit genug nach außen bekommt. Also wenn ich das Bein nicht nach außen bekomme, ihr müsst immer auf die andere Richtung gucken. Abduktor bringt das Bein nach außen in die Außenrotation. Auf der Gegenseite, der Antagonist, ist der Adduktor. Und in dem Fall hatte ich hier das Problem, dass der Adduktor, oder vielleicht auch die Oberschenkelrückseite, aber in dem Fall ist es einer der Adduktoren, ihn zu sehr nach innen zieht. Also innen öffnen, außen aktivieren. Ja? Das, was ich jetzt mache, ist nur zu öffnen. Wenn ihr das selber nicht könnt, konzentriert euch auf die Aktivierung. Das heißt, Training Gluteus Medius, Gluteus Maximus. Wenn die Knie zu weit nach innen gehen. Okay? Gleich lässt der Schmerz nach, wenn ich fertig bin. Okay. Wunderbar. Auslockern. Jetzt mal bitte nochmal einen Deep Squat. Langsam. Und guck mal, ob du das Gefühl hast, dass es etwas angenehmer ist. Kann sein, muss nicht. Aber jetzt merke ich rechts, dass... Ja, ja, ja. Legst du so frei? Ja, ja. Links ist gut, rechts ist bescheiden. Ja? Okay? Das heißt, es geht darum, beide Seiten natürlich zu aktivieren. Jetzt ist die Frage, wie kann ich jetzt meinen Gluteus Maximus aktivieren, ohne die Ischukurale Muskulatur übermäßig anzusprechen. Weil es kann sein, dass du ein Problem hast zwischen der Aktivierung Gluteus Maximus und der Rückseite. Da zeige ich euch noch einen ganz kurzen Trick, wie ihr das feststellen könnt. Leg dich mal bitte hier mit dem Kopf auf den Bauch mal bitte. Wunderbar. Nun mach's bitte folgendes. Das linke Knie ist gestreckt. Hebe man bitte das gestreckte Bein einfach mal an. Genau. Anheben. Und wieder absenken. Okay? So, das Bein geht aus welchem Gelenk? Hebt sich das an? Aus der Hüfte. Das heißt, okay, wieder absenken. Das heißt, wenn das Bein aus der Hüfte hochkommt, welcher Muskel sollte in erster Linie arbeiten? Oberschnitte, Rückseite oder Gesäß? Bleib ruhig unter. Sollte eigentlich das Gesäß sein. Das heißt, das Gesäß aktiviert zuerst. Der Muskel, der den Gelenk am nächsten ist, sollte zuerst aktiviert werden. Das können wir testen. Und zwar, ich mach folgendes. Bleib erstmal ganz entspannt. Ich lege eine Faust auf sein Gesäß, andere Faust auf seine Oberschnitte, Rückseite. Und jetzt bitte das Bein nochmal anheben. Und wieder lösen. Entspannen. 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 Jawoll. Nochmal anheben. Und entspannen. Wem ist das Problem? Dass zuerst die Oberschenkelrückseite aktiviert wird. Und nicht sein Gesäß. Das heißt, wenn die Oberschenkelrückseite zuerst aktiviert wird, wird zuerst der Oberschenkelkopf nach vorne in die Pfanne gedrückt. Das heißt, seine Gesäßmuskultur hat zu wenig Power. Er müsste die isoliert trainieren. Das gleiche kann man auch auf der anderen Seite machen. Ihr könnt das auch selber mal probieren. Probiert das mal. Das kann jeder. Man braucht nur ein bisschen Fingergefühl in den Fäusten. Also keine Schlägerei, sondern einfach nur ein bisschen fühlen. Ihr legt eine Faust auf das Gesäß, die andere Faust auf die Oberschenkelrückseite. Dann hebt der Athlet das Bein an. Aber wirklich intuitiv. Nicht darauf konzentrieren, erstmal die Po-Backen zusammen anheben, sondern wirklich das Bein anheben. Und ihr spürt an euren Knöcheln, ob zuerst die Oberschenkelrückseite oder das Gesäß aktiviert wird. Wenn ihr jetzt das Bein beugt, dann müssen auch zuerst die Beinbeuger aktiviert sein, oder? Ja, aber es geht ja darum, um zu gucken. Im Endeffekt ja. Du hast recht. Aber da er die Hüfte bewegt, aus der Hüfte arbeitet, muss das Gesicht zuerst arbeiten. Weil das Erste, was wichtig ist, das Gelenk muss erstmal zentriert werden. Und dafür sorgt Gluteus Maximus. Ja, Hannes? Du machst es am Druck fest, den du spürst über die Knöchel? Ich mache es an der Kontraktion seiner Muskulatur fest. Das heißt, wenn ich meine Hand hier drauf lege, spüre ich, was zuerst kontrahiert. Korrekt. Ihr guckt einfach mit den Knöcheln, was kontrahiert zuerst. Gesäß oder Oberschenkelrückseite. Okay? Das kann jeder machen. Egal ob man Trainer ist oder nicht. Deswegen probiert es einfach mal aus. Geht mal zu zweit zusammen, legt mal eure Fäuste drauf und nehmt mal das Bein mal hoch. Wenn er einen Squat macht und er aktiviert wird, was passiert? Mach eine Beugung nach vorne. Wenn nur die Oberschenkelrückseite oder wenn die Oberschenkelrückseite zu stark arbeitet, drückt es den Oberschenkelkopf nach vorne in die Hüftpfanne. Und das ist quasi das Problem. Das willst du nicht. Weil dadurch ist die Leistungsfähigkeit deines Gluteus Maximus minimiert. Und wenn du richtig vernünftig squatten möchtest, musst du oder solltest du erst aus der Hüfte arbeiten. Das heißt, es kann zu einer Verletzung kommen, aber das Mindeste, was passiert ist, dass deine Leistungsfähigkeit nicht groß genug ist. Im Endeffekt geht es um Performance und dadurch wird die Leistungsfähigkeit ein bisschen höher. Probiert es mal. Ihr könnt auch wechseln, völlig egal. Einfach mal austesten. Ihr habt schon zu zweit? Geht mal zu zweit noch rüber. Ich guck mal bei euch. Ganz locker mit den Fäusten drauf. Ihr braucht nicht viel Druck auszuüben. Ganz leichter Druck. Spürst du was? Ich würde sagen, dass der Unterschied zuerst kommt. Jetzt würde ich es noch andersrum sagen. Wo jetzt schon fast zeitgleich ist. Ja, er konzentriert sich natürlich auch darauf. Je mehr er sich darauf konzentriert, desto mehr kann er das beeinflussen. Aber das ist auch positiv. Weil dann kann er quasi willentlich steuern, was zuerst kommt. Ich würde zu Anfang sagen, zu Anfang kam der Unterschied. Ja, okay. Ich weiß, was du heute Abend machst. Mach mal bei euch. Das Bein ist auch erstmal egal. Egal ob links oder rechts. Deswegen versucht das Bein intuitiv zu heben. Wenn ihr euch darauf konzentriert, dann schafft man das mit ein bisschen Körperbewusstsein, natürlich automatisch das Gesäß zuerst arbeiten zu lassen. Das ist bei sehr vielen Leuten so. Bei dir auch? Oberstchenkelrückseite zuerst. Ich merke es auch selber. Ja, merkst du selber? Okay. Also ich kann mich selber einschätzen und sage, das wäre zuerst. Das ist jetzt eher schlecht. Ist nicht so gut. Also es heißt auf jeden Fall, dass wenn du es schaffst, deine Gesäßmuskulatur besser zu aktivieren, dass du dann höhere Power bei den Kniebeugen hast. Das ist der hauptsächliche Grund im Endeffekt. Und Mobilität hat immer etwas mit muskulären Anstrengungen zu tun. Wenn ich mich nicht bewegen kann oder die Muskeln nicht vernünftig geschaltet sind, dann kann es halt ebenfalls sein, dass ich immer eine Einbuße in Performance habe. Und das, was ich möchte, ist, dass meine Muskeln so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Und das heißt, Gesäß zuerst und dann die Oberschenkelrückseite. Okay. Habt ihr alle gemacht? Alle durch? Ja. Okay. Wieso Gesäß und Oberschenkelrückseite in der Kombination? Ja. Ihr habt euch ja gefragt, okay, inwieweit ist das relevant? Ihr müsst euch einfach überlegen, der Backsquat. Kommt die Bewegung hauptsächlich aus der Hüfte oder aus den Knien? In erster Linie aus der Hüfte. Man sagt, dass zum Beispiel ein Kreuzsehen ist eine klassische hüftdominante Übung. Und ein Frontsquat ist eher eine kniedominante Übung. Aber im Endeffekt geht es darum, dass ich die Hauptsicht, die Kraft aus der Hüfte generiere. Also muss er zuerst mein Gluteus Maximus, meine Hüftstrecken muss erst mal arbeiten, bevor die Oberschenkelrückseite kommt. Wenn ich das jetzt quasi auftrainieren möchte, das heißt, ich möchte jetzt quasi bei der tiefen Kniebeuge oder überhaupt bei der Kniebeuge meine Gesäßmuskultur aktivieren, muss ich im unteren Bereich der Bewegungsamplitude sein. Das heißt, dass die Gesäßmuskultur eigentlich erst richtig ab 90 Grad arbeitet. Das heißt, im unteren Bereich. Also wäre es eine Möglichkeit, wenn du quasi deine Gesäßmuskultur besser aktivieren möchtest, dass du quasi im unteren Bereich zum Beispiel Teilwiederholungen einbaust. Oder nur kleine Bounces oder kleine Kniebeugen im unteren Bereich machst. Das heißt, ab 90 Grad. Also ab 90 Grad Gesäß aktiviert. Bis 70 Grad habe ich ungefähr die Oberschenkelrückseite. Klar, was gemeint ist? Okay, zeig es nochmal von der Seite. Das heißt, wenn ich eine Kniebeuge mache, bis 70 Grad. Das heißt, ungefähr bis hier habe ich die Hauptaktivität in der Oberschenkelrückseite. Von 90 Grad bis Deep Squat Gesäßmuskulatur. Von ganz unten bis 90 Grad Gluteus, Gesäß. Und hier ab 70 Grad aufwärts die erhöhte Aktivität in der Oberschenkelrückseite. Und so bin ich in der Lage zu bestimmen, aktiviere ich mein Gesäß mehr oder die Oberschenkelrückseite mehr. Bodybuilder, die einen größeren Hintern möchten, nennen dieses gerne Teilwiederholung im unteren Drittel. Und machen sich dies zu Nutze. Das ist wunderbar, genau. Okay, also wissen wir alle, was wir morgen machen können mit Gluteus zu aktivieren. Morgen Teilwiederholung im unteren Drittel für einen richtig herzhaften Butt. Und ich denke mal, als abschließende Worte ist es ideal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich sehr, dass ihr da wart. Danke für eure Zeit und ich hoffe auf ein weiliges Wiedersehen. Dankeschön. Das war richtig cool. Danke. Cool. Klasse. Morgen tiefe Kniebeugen. Also mir hat es echt super gefallen, zumal ich sehr viel mitnehmen kann. Mein Problem sind die Sprunggelenke. Ich glaube, ich komme nicht tief runter und weiß halt jetzt, wo ich einsetzen muss, dass ich halt sehr viel an der Mobilisierung arbeiten muss. Ich fand es super. Also man lernt wieder neue Sachen dazu. Man hat mitbekommen, dass so kleine Rädchen sind, an denen man drehen muss, um einfach da viel effektiver im Squat zum Beispiel reinzukommen. Aber im Endeffekt, das was wir gemacht haben, waren immer nur ein paar kleine Auszüge. Also das ist ein riesiger Themenbereich und wir haben nur so ein paar Kleinigkeiten rausgeholt. So ein paar spezielle Spankerl, die alle einfach umsetzen können. Aber der Bereich ist eigentlich so groß. Aber das muss man dann wirklich schon im Individuellen machen.